Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesutin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist ein Klassiker des Genres. Das sind die Sterntagebücher von Stanislaw Lem aus dem Jahre 1957. Nachdem ich und Tichy, der Universums berühmte Raumfahrer, nach seinem letzten Job beim Temporalen Institut für Zeitreisenforschung verschwunden ist und keiner weiß so ganz genau, wo es ihn hinverschlagen hat, nach seinem Verschwinden haben sich da halt auch ein ziemlich berühmter Raumfahrer war, diverse Leute zusammengefunden, um die sogenannten tichologischen Institute zu gründen. Und diese Institute haben zur Aufgabe, zu erforschen, zum Leben und zum Wirken von Ich und Tichy, seine Reisen zu sammeln. Und die haben jetzt zusammen mit Professor Tarantoga, der ein sehr guter Freund von Ich und Tichy war, eine Zusammenstellung der Reisen unternommen. Und diese Zusammenstellung, die Sterntagebücher, wurde in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet. Wurde halt wirklich exakt geschaut, ob die Reisen überhaupt von ihm unternommen wurden, beziehungsweise es wurden sehr viele Reisen direkt von Ich und Tichy übernommen, aber manche Reisen wurden ihm auch zugeschrieben, so als moderne Sagen, als Urban Legends noch im Nachhinein von irgendwelchen dritten Personen. Und das ist halt auch eines der Aufgaben der tichologischen Institute, genau das auch herauszufinden, welche nun die echten Reisen sind und welche halt die gefakten. Und die Sterntagebücher sind eine Zusammenstellung der echten Reisen, die Ich und Tichy wirklich unternommen hat. Und innerhalb dieser Reisen, ja, erleben wir unglaublich viele Dinge, die er erlebt hat. Und so begleiten wir Ich und Tichy bei seinen Reisen über verschiedene Planeten, unter anderem auf dem Planeten, auf dem die Bewohner es gelassen, inzwischen gelernt haben, mit umzugehen, dass ständig irgendwelche Asteroiden und Gesteinsbrocken aus dem Weltall auf sie niederstürzen und sie die permanente Gefahr, erschlagen zu werden, einfach technologisch umgangen haben. Also sie werden trotzdem erschlagen, aber sie haben eine technologische Möglichkeit gefunden, dass das Problem kein Problem mehr ist. In einer anderen Geschichte begleiten wir Ich und Tichy bei einem, ja, als Delegierten für die Erde in einem interstellaren Kongress, wo darüber abgestürmt werden soll, ob die Erde als vollwertiges Mitglied aufgenommen werden soll oder ob sie noch zu primitiv und zu barbarisch ist. In anderen Geschichten erfahren wir von Leuten, die zu Ich und Tichy kommen und gern, da er doch ziemlich berühmt ist, gern von ihm Unterstützung haben wollen. Beispielsweise der Erfinder einer Zeitmaschine, der sie ihm auch vorführen möchte und dabei ein paar Probleme mit sich tragen wird. Oder aber auch der Erfinder des ewigen Lebens, sodass wir niemals mehr sterben müssen und den damit verbundenen Konsequenzen. Und wir begleiten Ich und Tichy dabei, ja, wie er in die großartige Gelegenheit kommt, bei der Schöpfung des Universums dabei zu sein und alles, was uns auf den Sack gehen sollte und könnte und würde, doch richtig zu machen. Und wie schwierig das doch ist, wenn man in einem Institut arbeitet, wo es auch viele andere gibt mit eigenen Interessen. Um das Ganze von sehr Kürze ein bisschen abzuheben, werde ich mal so versuchen, die siebte Reise ein wenig zusammenzufassen und euch einen Einblick zu geben, was euch in den Sterntagebüchern erwartet. In dieser schildert er, dass er so lustig in der Nähe von Bittergeuze unterwegs war mit seinem Raumschiff und dass da so ein kleiner Mikrometeorit, dummerweise die Raumschiffhaut, durchschlagen hat und dabei dummerweise ein Hubregulator und die Teile der Steuerung des Raumschiffes, der Steuerungsautomatik halt ins Nirvana mitgenommen hat. Und da dachte er sich so, okay, ziehe ich den Raumanzug an und gehe mal kurz raus und repariere das Ding und merke dann so, okay, reparieren kann ich das, aber kann ich irgendwie nicht alleine. Da brauche ich jemanden zur Hilfe. Und naja, diese Hilfe gibt es weit und breit nicht und das ist so ein bisschen schwierig. Also wie repariert er das Ganze? Weil wenn er das nicht machen kann, dann wird er halt weiter ewig, ja, durchs Weltall fliegen und ja, eines Tages an Alter oder an Hunger sterben. Frust geht, macht er sich erstmal was zu essen und danach legt er sich dann nur hin und versucht zu schlafen und wird dann von jemandem geweckt, der ihn versucht hat, so zu bringen, aufzustehen und die Werkzeugschüsse zu holen, um das Raumschiff zu reparieren. Und denkt sich so, wow, was soll denn das jetzt, so ein ganz komischer Traum und überhaupt, was duzt der mich so? Er hat überhaupt gar kein Recht dazu und bleibt einfach liegen. Und als er dann irgendwann mal aufsteht und dieser, was auch immer, das war, ist nicht mehr da, steht er halt auf, frühstückt was und denkt dann so, also irgendwoher muss ich jetzt hier Hilfe kriegen. Versucht eine kosmische Zivilisation auf der Sternkarte zu finden, aber findet er natürlich leider nichts. Was er stattdessen findet, ist, dass in der Gegend dort Gravitationsstrudel da sind und diese Gravitationsstrudel haben den Effekt, dass sich halt Raum und Zeit krümmen können. Und er denkt dann so, hmm, könnte es vielleicht sein, dass es vorhin gar kein Traum war oder eine Halluzination, sondern dass es vielleicht jemand aus einer anderen Zeit war, der halt ich ist? Hm, das wäre doch interessant, auch aus dem Grund, wenn ich jemand ein zweites brauche, um die Automatik der Steuerung zu reparieren, dann könnte ich ihn ja am ehesten wohl einfach aus der Zukunft finden, also mich selbst aus der Zukunft. Also steuert er so die Gravitationsstrudel an und hofft dann so, ja, sich selbst aus der Zukunft dann zu begegnen, dass er halt so in seinem Raumschiff auftaucht und halt ihn überzeugen kann, ja, mit ihm zusammen das Raumschiff zu reparieren, dass er dann wieder wegfliegen kann. Und im weitesten Sinne ist das auch das Problem, dass er versucht, die ganze Zeit sich selbst davon zu überzeugen, mit sich selbst das Raumschiff zu reparieren. Während sein Ich aus der Vergangenheit noch nicht genug weiß, was sein Gegenwarts-Ich weiß und dadurch, indem man denkt so, der redet nur über Unsinn, beispielsweise halt irgendwann ist er dann halt derjenige, der nicht auf der Couch liegt und schläft, sondern derjenige, der versucht ihn vom Schlafen endlich wach zu kriegen, damit sie das Raumschiff reparieren können. Er sieht aber, dass er das, was er in der Vergangenheit gemacht hat, direkt vor ihm tut, nämlich einfach weiter schlafen. Und somit hat er halt ständig das Problem so, hm, wie überzeuge ich mein Vergangenheits-Ich, denn ich weiß ja eigentlich schon aus der Vergangenheit, dass das Zukunfts-Ich das überhaupt gar nicht geschafft hat. Und auch in die andere Richtung wird es halt schwierig, weil wenn er seinem Zukunfts-Ich dann begegnet und das Zukunfts-Ich sagt dann so, naja, ist nicht repariert, dann ist halt die Frage, lohnt es sich dann noch den ganzen Aufwand zu betreiben und sein Zukunfts-Ich davon zu überzeugen, das Raumschiff zu reparieren, wenn er sein Zukunfts-Ich sowieso schon weiß, dass es nicht klappt. Und davon handelt halt so die gesamte Geschichte, dass halt so er immer wieder versucht, auf irgendeine Art und Weise sich selbst aus irgendeiner anderen Zeit davon zu überzeugen, doch einfach nur mal kurz rauszugehen, um das Raumschiff zu reparieren. Und das wird halt immer absurder und immer absurder und immer absurder. Also ich habe selten so eine geile Art und Weise gelesen, wie man so mit Zeitreisen umgehen kann, auf eine so, ja, so weit draußen Art und Weise, dass man echt nur denkt so, okay, eigentlich müsste mir jetzt gerade das Gehirn explodieren vor lauter Zeit-Dilemma und Paradoxien, aber gleichzeitig bin ich so total unterhalten, das ist total großartig. Glaubt mir, die anderen Geschichten in dem Buch sind eh nicht verrückt. Stanislav Lem, der berühmteste, wahrscheinlich einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren überhaupt, wurde 1921 in Lemberg, damals Polen, geboren, hatte eine relativ behültete Kindheit, bis er dann anfing, eines Tages dann so Medizin zu studieren. Das ging auch alles soweit ganz gut, bis dann der Zweite Weltkrieg dazwischen kam und er sein Studium versetzen musste, aber auch das konnte er nur bis zum gewissen Grade, weil er im Zweiten Weltkrieg dann flüchten musste, auch weil er jüdischer Herkunft ist und hat dann unter anderem auch im Widerstand gegen das nationale sozialistische Regime gekämpft und offiziell als Hilfsmechaniker und Schweißer in einer deutschen Firma gearbeitet, die so Altmaterial wieder hergestellt hat oder aufgearbeitet hat. Nach dem Krieg hat er dann sein Studium der Medizin weiter fortsetzen wollen. Das hat er dann auch gemacht, musste jedoch dafür nach Krakau gehen, weil Polen ja am Ende des Zweiten Weltkriegs ja von der Sowjetunion besetzt wurde und hat dann dort halt sein Studium auch beendet. Er ist jedoch durchgefallen, weil er sich geweigert hat, im Sinne des Listen-Kurismus bei der Prüfung die Antworten zu geben und das hat ihn davor bewahrt, quasi als Militärarzt arbeiten zu müssen, was ihm an sich ganz recht war, denn in Wikipedia gibt es da so ein Zitat von ihm Die Armee nahm alle meine Freunde, nicht für ein oder zwei Jahre, sondern für immer. Und das zeigt natürlich auch schon, dass er da nicht so wirklich ernsthaft so der Kriegsfan ist und das führt natürlich dann im Endeffekt auch dazu, dass er am Ende dann halt nicht als Arzt praktizieren durfte und daher mehr so sich der Forschung zugewandt hat, als auch immer mehr auf das Schreiben. Und das führt dann auch relativ bald dazu, dass er eines seiner ersten Romane geschrieben hat, Astronautzi, falls ich es richtig ausspreche, auch unter Planet des Todes bekannt, wurde zu DDR-Zeiten dann von der DEFA und der Regie von Kurt Metzik als der schweigende Stern verfilmt, jedoch basierte der Film Solose auf der Grundidee des Buches, weshalb Stanislaw Lem auch selber nicht so wirklich Fan des Films war, was sich so eigentlich durch fast alle Filme zieht, die so im Laufe der Zeit aus seinen Büchern heraus resultierten, bis auf eines, das ist in Zusammenarbeit mit ihm zusammen entstanden, und zwar der Film Gibt es Sie, Mr. Jones, der 68 halt rauskam, und wahrscheinlich eine der wenigen Filme ist, von denen Lem angetan war, zumindest war daran beteiligt, von daher kann man wohl davon ausgehen, dass das nicht ganz so katastrophal ist, wie seine Meinung zu den Solaris-Verfilmungen beispielsweise. Sein Werk wurde dann auch relativ schnell breit gefächert, er hat ja nicht nur Science-Fiction geschrieben, sondern auch philosophische Werke und auch satirische Werke, wobei er mit seinen Science-Fiction-Geschichten gerade sowas wie Solaris oder auch die Geschichten um halt Ich und Tichy, von den Sternentagebücher ja nur das erste Buch sind, gab er noch weitere folgende Bücher, die ich dann später noch besprechen werde. Ich und Tichy ist halt einer der Bekannteren, dann halt Solaris, dann die Geschichten um den Raumpiloten Pirx, und die Kurzgeschichten, die er über die beiden Roboterwesen, wie sprechen die sich aus, Trorl und Klappautius geschrieben hat. Natürlich gibt es auch noch etliche weitere Kurzgeschichten von ihm, also sein Werk ist wirklich extrem riesig. Da gibt es eine Menge zu lesen, deswegen versuche ich jetzt mal wirklich das Ganze auf ein Wesentliches runter zu reduzieren, damit ich noch für die späteren Episoden noch etwas über ihn zu erzählen habe. Er hat dann auf jeden Fall viel geschrieben, bis dann 1982 in Polen das Kriegsrecht verhängt worden ist und er sein Heimatland vorübergehend verlassen hat und erst nach West-Berlin gegangen ist, um ein Jahr später nach Wien zu gehen, wo sein Sohn an der American International School halt gelernt hat. Dort ist er dann auch bis 1988 geblieben und er ist dann nach Polen zurückgekehrt. Und anscheinend ist er dort auch geblieben, bis er dann 2006 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Wer ihn besuchen will, sein Grab, kann das tun in Krakau, wo er auf dem Salvatore Friedhof begraben ist, was vielleicht auch ein weiterer guter Grund ist, mal nach Krakau zu gehen, denn von Krakau habe ich bisher immer nur gute Sachen gehört. Vielleicht lohnt es sich da auch mal für mich selber mal hinzufahren und vielleicht mal sein Grab zu besuchen. Ja, Stanislav Lem, da gibt es noch sehr viel zu erzählen, aber das kommt dann erst bei den anderen Büchern, die ich dann bespreche. Obwohl auf ein Buch möchte ich noch gesondert zu sprechen kommen, was so sehr stark auch den großartigen Humor von Stanislav Lem widerspiegelt. Es war auch das erste Buch, was ich von ihm in der Hand hatte, mir damals leider nicht gekauft habe, was ich wirklich immer noch bedauere. Und zwar ist das das Buch Das absolute Vakuum von 1971. Das ist ein Buch, in dem er Buchbesprechungen gesammelt hat, also selber Bücher besprochen hat, jedoch Bücher, die überhaupt gar nicht existieren. Stanislav Lem. Tja, was soll ich großartig zu dem Buch sagen? Wenn ihr auf so Nerdhumor steht, kauft es. Wenn ihr auf diskordianischen Humor steht, kauft es. Wenn ihr philosophischen Kram mögt, kauft es. Wenn ihr Science-Fiction mögt, kauft es. Wenn ihr Science-Fiction nicht mögt, kauft es. Stanislav Lem müsst ihr einfach kennen und einfach euch zu Gemüte führen und einfach lernen zu lieben. Denn ich habe, ja, selten in meinem Leben ein so hyperintelligentes Buch gelesen, was gleichzeitig auch so herrlich philosophisch Quatsch beinhaltet. Wo man sich so denkt, so, eigentlich ist es total absurd, aber es ist total geil und es macht total viel Sinn. Das heißt so, ja, eigentlich wünschte ich mir, ich könnte Stanislav Lem mal interviewen, wenn er nicht so schon tot wäre. Denn, ja, jemand, der solch einen Humor hat, wie er sich durch dieses gesamte Buch zieht, der muss einfach nur total, total, entweder total krank sein oder total genial. Und ich gehe ja mal vom Zweiteren aus, also quasi, wenn ihr die, Anhalterbücher von Douglas Adams geliebt habt, dann müsst ihr die Sterntagebücher lesen. Es geht gar nicht anders. Denn sonst habt ihr wirklich ein total wichtiges Stück Weltliteratur echt verpasst. Und das wollt ihr nicht, denn sonst seid ihr die uncoolen Kids auf diesem Planeten. Ähm, vielleicht machen wir damit ein paar Feinde, vielleicht auch nicht, eigentlich nicht, wenn ich einfach sage, so, Stanislav Lem ist so der Douglas Adams des Ostblocks. Weshalb ich mit folgendem Fazit natürlich am Ende rausgehe, kaufen, es ist nicht nur eine Leseempfehlung, es ist eine dieser Sachen, die ihr gelesen haben müsst. Legt dem Faust zur Seite, nehmt die Sterntagebücher. Da habt ihr wirklich was richtig, 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 richtig Geiles in der Hand und habt vor allen Dingen auch ein Buch, das ja auch anderen Leuten, die so ein bisschen, äh, verqueren Humor haben, ja, was ihr denen zum Geburtstag schenken könnt. Also wirklich, also besorgt euch die Sterntagebücher und habt einfach nur damit Spaß. Und das ist vor allen Dingen auch eines der, ähm, wenigen Bücher, die ich jemals gelesen habe, die mich zum Lachen gebracht haben, wo ich wirklich dann so, wie ihr es, äh, wahrscheinlich von einigen Podcasts hört, so, ihr sitzt in der U-Bahn und müsst euch Tiers zusammenreißen, dass ihr nicht plötzlich lauthals loslacht und die Leute um euch herum so gucken so, hm, was hat er denn, oder was hat sie denn? So ähnlich geht's euch bei diesem Buch. Kauft's euch spätestens, wenn ihr die Waschmaschinen-Tragödie lest. Viel Spaß. Ja, also eine absolute Leben, äh, Lebensempfehlung, genau. Lebensempfehlung und Leseempfehlung. Das war's von mir soweit. Weitere Informationen, wie die, äh, Bezugsmöglichkeiten für die Bücher, auch aktuelle, äh, Ausgaben, ähm, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.messproteine.de Dort findet ihr die ISBN-Nummern, falls ihr noch im Einzelhandel, Buchhandel kaufen wollt, was euch ja durchaus sehr ans Herz zu legen ist. Wir wollen ja den Einzelhandel ein wenig, äh, nicht nur ein wenig, sondern sehr stark supporten. Und, äh, ja, falls ihr Rückmeldungen geben wollt, welche Bücher ich noch unbedingt lesen muss, könnt ihr mich auf jeden Fall über Twitter erreichen, über Facebook, äh, auf der Webseite über Kommentare, auch per E-Mail. Da bin ich echt offen für alle Kanäle. Schleudert mich zu mit Kommentaren. Und wenn ihr die Sendung unterstützen wollt, indem ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr noch irgendwo im Keller, äh, die ganzen alten, äh, DDR- und, äh, Ostblock-Science-Fiction-Bücher noch, äh, rumzuliegen haben, die loswerden wollt, ich bin dankbarer Abnehmer. Also, äh, setzt euch mit mir in Verbindung. Ich suche noch eine wirkliche Menge an Büchern, auch wenn ich schon eine Menge in meinem Buchregal zusammengesucht habe. Gibt's noch einiges, was ich unbedingt noch haben will. Ja, was bleibt es sonst noch zu sagen? Ich möchte mich noch bedanken, und zwar, äh, für die Kommentare, die, äh, ihr schon geschickt habt, auch über, äh, Twitter. Dann möchte ich mich noch dafür bedanken, dass ihr die Sendung unterstützt habt über Flatter. Besten Dank. Und, äh, natürlich möchte ich mich da noch, äh, bedanken bei der Hörsuppe, dass sie die Sendung, äh, gefeatured hat, sowohl in ihren, ähm, Hörsuppen-Podcast, als auch jetzt, äh, in der, nach oben gibt es so ein Feature-Bereich, wo aktuelle, äh, coole Podcasts halt mit aufgelistet werden. Da findet ihr uns dann. Also unter hörsuppe.de, Hörsuppe mit O-E, damit ihr es richtig tippt, und da findet ihr auch andere tolle Podcasts. Ja, und, äh, dann natürlich auch, äh, Dank ans Schweiz-Stullen, äh, Ministerium, ein Podcast, den ich, äh, dadurch überhaupt erstmal neu entdeckt habe, und durchaus sehr witzig finde. Werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufiger hören. Ihr solltet alle, die, äh, wollt, dass ich eure Podcasts höre, Fantastika besprechen, dann, äh, komme ich überhaupt nicht mehr dazu, neue Episoden aufzunehmen. Ähm, ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Eigentlich nischt. Bis zur nächsten Episode von Fantastika. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch, Meo Mespotin, an der Sprechgarnitur. Und viel Spaß mit den Sterntagebüchern von Stanislaw Lem. Das G. Aaaaaaah